1, 2, 3 Hey meine Lieben, hier ist ein neues Video von mir, ich bin Trixi Time und das ist Max und wir sind heute Mädchen vs. Jungs und ja, wir fangen mit der ersten Challenge an. Was ist die für erste Challenge? Ich muss nur schnell sagen. Hey meine Lieben, ich wollte jetzt nur noch mal kurz klarstellen, dass Max und ich kein Paar sind und Promiflash ganz einfach nicht richtig lag. So, das war es eigentlich und jetzt geht es weiter mit dem Video. Augen gucken, ausspucken? Was soll das heiß denn? Ich glaube, ihr nehmt Wasser den Mund, guckt euch an und wer zuerst lacht und es ausspuckt, jetzt kriegst du auch mal verloren. Hast du irgendwo Wasser? Ja, warte mal. Oh mein Gott. Das ist der Assistent, der ist so schön, der würde sonst... Ja, aber ich brauche irgendwie so ein... So ein... Handtuch? Handtuch. Weißt du? Ich halte sowieso nicht so lang. Achso, den besseren, genau einer fängt an und ich stopp die Zeit und du ziehst Trimassen und du versuchst ihn zum Lachen zu bringen. Nein, wir machen beide. Ja, aber es dauert doch dann ewig, bis ihr... Nein, 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 nein. Aber es geht erst los, wenn beide drinnen haben. Jetzt wird beide... Das ist ja ein Umfeld für dich gegenüber Tricks, das ist doch schon so lange. So, eins... Hat sie schon verloren? Ja, hat schon verloren, hat schon verloren. Alles klar, ein Punkt für Max. Ich hab mich verschluckt. Also ich würde mal sagen, der Punkt geht definitiv an mich. Ich hab mich verschluckt. Das tut mir leid. Aber es kriegt ja einen Punkt. Boah, ich konnte aber gar nicht mal... So, seid ihr bereit für die zweite Challenge? Oder... Für die zweite Challenge? Bereit für die zweite Challenge? Ja. Heißt, wer schafft wie viele Liegestütze? Jetzt könnt ihr erst mal quatschen. So, seid ihr bereit? Stellt euch in Stimmung. In Stimmung. In Stimmung. Oh, was war das? Ja, ich muss schon ein bisschen vorgehen. Ich kann nicht mal richtig in Liegestütze, ja? So. Eins, zwei, drei. Ein... Nee, echt jetzt? Nee, warte, mach mal. Nee, also stopp. Max, du kannst... Ich hab's doch geschafft! Ich hab's doch geschafft! Okay, also eine Chance noch. Aber wirklich, Tricks, jetzt streng nicht mal an. Okay. Also... Ich hab's heute Morgen fortgemacht. Nee, ich... Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich hab' nicht mehr. Das gibt's doch gar nicht. Also, alles klar, Max. Der Punkt geht auch wieder an die Männer. Heute nach Hause. Zweiter Punkt ging auch wohl an mich. Ding, ding, ding. Was ist das? Gelenkiger. Gelenkiger. Ach, wieder. Ja, das... Ist schon drauf? Fuß, Fuß hinterm... Ähm... Wo ist mein Kopf? Jetzt sollen wir unseren Fuß hinterm Kopf tun. Also, wer ist halt gelenkiger? Also, wer ist jetzt gelenkiger? Alles klar. Drei, zwei, eins. Los, komm, gib dir... Los, nochmal, los. Du schaffst das. Wasti, ich kann das nicht. Ich kann's mit den anderen. Kannst du's mit den beiden? Ja, okay, ich würd sagen, das ist der dritte Punkt und somit hat Max auch schon gewonnen. Ich muss jetzt sitzen. Jetzt machen wir die Smoothie-Challenge. Och, eklig. Was ist das denn? Samy. Ich hasse Senf. Nutella, das ist lecker. Aber mit Senf nicht? Jetzt mach mal den Kühlschrank zu. Nee, Sampf fassle ich. Ja, ich hatte Senf. Jetzt kommen alle Gewürze rein. Wann ist das gerade los? Paprika? Nein! Ist das scharf? Vergiss. Nein, das ist nicht scharf. Honig. Was isst du, Lebel? Jetzt mixen wir hier einen leckeren Smoothie, ne? Trixi. Freut sich. Was gibt's noch? Happy Tea heißt es. Mach's mit einem großen Tee. Nein, happy tea. Also ich finde, zwei so eine Becher reichen doch. Ja, mit einem Tee. Guck mal. Ja. Oh, ja, ja. Wir gehen jetzt zurück. Und der mischt jetzt uns einen Smoothie. Der hübsche Sebastian, der mit einem hübschen Hemd unterwegs ist. Und das ist mein T-Shirt. Mein nice. Ich hab'n Haul gedreht und das ist da drin. Hast du's heute? Ah, das war das Video? Ja. Cool. Und, ähm, mm-mm. Oh, Sonne ist weg. Hallo. Nicht katzen. Hab' ihr gehört, was alles passiert? Ähm, ja. Wir trinken gerade ein lustiges Video für YouTube. Ja, und dann kommt noch eins und noch eins. Und noch eins. Und happy tea. Und happy. Oh, nein. Boah, das ist nicht dein Ernst. Wo trinkst du auch? Das ist gar so gut. So sieht dieses Gesäff aus. Und vor allem da ist eine Gurke drin. Wie sollen wir die trinken? Na, die ist sie dann zum Schluss. Toll. Zwei, drei. Äh? Ne Trink. Das geht ja auch. Idiot. Wir gewinnen, wir gewinnen. Nee, kacke. Okay. Und die Gurke. Und die Gurke. Hase Senf. Das geht nicht. Hat es gestrippt da. Okay. Also Max scheint die Pussy zu sein. Und gewonnen hat diesen einen Hitrixi. Du brauchst nicht mehr. Nächste Challenge hat mit den Wasserflaschen zu tun. Oh, das ist. Kleine. Vielleicht ist es doch gut. Ja, ist doch richtig. Ja, stimmt. Ist auch gut. Startet wer wie lange kann das hochhalten? Papa, wie soll ich so machen? Eins, zwei, drei. Sehen Sie, Kuh. Ach nee. Ja. Juhu. Trixi hat gewonnen. Ja, du machst ja auch Sport. Nicht so wie ich. Die nächste Challenge könnte die entscheidende Challenge sein zum Gleichstand oder zum Gewinn der Herren. Die Challenge lautet mit verbundenen Augen sich gegenseitig die Lippen zu schminken. Und ich entscheide, wer gewonnen hat. Los geht's. Ja. Au. Und jetzt auch ruhig. Ich bin nicht zärtlich. Ich hab das noch nie gemacht, by the way. Nimm die Hand weg. Und nicht wegziehen. Es tut mir leid. Tricksi. Tricksi, nicht wegziehen. Bitte stillhalten. Das ist das Kind, oder? Wie haut's? Nee, super sieht das aus. Ganz super. Ganz, ganz schön. Würdest du sagen, du bist fertig? Ja. Okay, alles klar? Ich hab's gerade Nutella gegessen. Ganz ehrlich, ich fühle aus, als ob ich gerade Nutella gegessen habe. Und jetzt andersrum. Und los. So, genau so. Stopp. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hätte ich nie erwartet. Komm doch rein. Ich würde sagen, auf jeden Fall hier auch ein ganz, ganz klarer Sieger. Die Tricksi. Oh mein Gott. Ich war richtig gut. Ganz ehrlich. Ich bin jetzt gerade total schubiert. Obwohl die Oberlippe fehlt, aber es ist trotzdem allemal und besser. Ja, die Oberlippe ist schon ein bisschen. Aber es ist allemal besser als, ähm, es ist allemal besser als, ähm, es ist allemal besser als die Max bei dir. Ja, also geht der Punkt an, ähm, es geht weiter. Tschüssi. Juhu. Jetzt weiter. Äh, äh, ne, das gilt leider nicht. Äh, ne, das gilt leider nicht. Ich hast du gerade den Finger gezeigt. Also, schnick, schnack, schnuck. Geht nicht. Schnick, schnack, schnuck. Jawoll. Nein. Ich war richtig besser. Ach, so. Und, schnack, schnack. Somit hat, äh, Max für die Männer gewonnen. Dafür, Trixi, bist du hübsch. Awww. Auch gerade jetzt, finde ich. Das war's für ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gebt gerne einen Daumen nach oben. Äh, kommentiert, wenn ihr den nochmal sehen wollt. Den. Oder ein paar zwei sehen wollt, wenn wir Ideen haben. Oder wenn ihr noch andere Videos, mit denen ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare unten rein. Wenn ich ihn, äh, stylen soll oder so. Und? Schreibt mir gerne auf meinen Social Media Accounts. Das wird ganz genau eingeblendet, wo der Kopf da ist. Und, ähm, abonniert gerne. Gebt gerne einen Daumen nach oben, hab ich ja schon gesagt. Und tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. Eins, zwei, drei. Ja, superheroes. Tschüss. Das war's für jeden. Abonniert mich nicht. �als metal. Bis zum nächsten Mal. Drahger an ersten Unterschiti. bis zum nächsten Mal.